Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir Celebration Deluxe Pin-Kollektion auf mit Hessation. Ob ich beschützt die Box schon? Sagt wieder Hallo. Hallo! So sieht das gute Stück aus mit dem süßen Pin hier. So sieht die Rückseite aus mit Feiere, Arbeiteuer, Geist und schöne Zeit mit Pokémon. Das machen wir. So, machen wir das gute Stück mal aus. So, viel Spaß mit dem Code erstmal. Da ist die schöne Promo-Karte, das ist das Seishin Level X. Sehr hübsches Artwork finde ich von Seishin. Sehr nice. Und der Pin hier, das Pikachu-Pin. Der ist sehr schön, weil man kann hier hinten drehen, dann surft er ja. Warte. Irgendwie will das jetzt nicht. Und dann fliegt er mit den Luftballon. Auch sehr nice. Karte mal dorthin. So, solche Puster haben wir. Natürlich Celebration 4 Stück. Und einmal Kampfstil und Farmschock. So, würde ich mal sagen, wir machen erstmal Kampfstil auf dem Farmschock und dann Celebration. So, viel Spaß mit dem Code. Gönne euch den auch. So, da haben wir eine schöne Kampfenergie. Oh. Ein Servol. Ein Kerada. Ein Wellenfächer. Die möchte ich gerne als Gold ziehen. Ein Remoway. Ein Remoway. Ein Imatis. Ein Gold of Black Moon. Mankey. Sipa. Man-Ti-Diabias. Und da haben wir ein Bis-Bug-Faar. Immerhin ein Held. Immerhin. So, jetzt kommt Farmschock. So, jetzt kommt Farmschock. Und gut, kann natürlich auch ganz viel Spaß damit. So, da haben wir eine schöne Pflanzen-AG. Oh. Ein Zipris. Ein Krakelo. Ein Fletimo. Tanzer. Fritze-Blitz. Zwirly. Wampi. Tunnel. Nikada-Bewurst. Nein, da haben wir ein Ampharos-V-V-V-Art. Okay. Die zwei Pusse haben schon mal richtig gegönnt. Die habe ich sogar noch nicht. Geil. Pangen die auch mal dorthin. So, jetzt kommt endlich Celebration. Ups. Raubbein nicht runterfallen. Da haben wir ein Palkir. Ein Evental. Ein Cosmog mit Lili-Hübsche. Und dann haben wir ein Lunala. Und den Code könnt ihr euch auch gut. Viel Spaß damit. So, nächstes Pack. Dann behalte ich den Code. So, da haben wir eine schöne Dialga. Ein Palkir wieder. Ein Huhu. Und ein Miau. Den haben wir noch letztes Mal schon gezogen, den süßen. So, nächstes Pack. Dann behalte ich diesmal auch noch. So, da haben wir einen Palkir schon wieder. Ein Evital. Und, und. Haben wir einen Hit und. Lippo Pentas. Level 45. Die war früher sehr spielstark. Sehr nice. Gleich zur Seite legen. So. Und das ist sogar Leo. Mit Lili-Hübsche. So, letztes Pack. Let's magic. So, das ist sogar ein Palkir ist am Anfang. So, könnt euch den. Ne, diesmal Kyogre. Ein Dialga. Und. Schon wieder? Lippo. Lippo. Mentas. Sehr nice. Aber ich beschwören tue ich mich jetzt nicht. Und Hunalo. Cool. Zweimal. Den gleichen. So. Aber ich kann mich nicht beschwören. Farmshop und Kampster haben auch gegönnt. Die Fallout. Dann das Biss-Bug. Dann die 2 hier. Und die Bromo Cardization Level X. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.